Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Life is Strange. Wir sind jetzt hier in der Garage gerade von David, bei Chloe zu Hause. Hm, was willst du machen? Das ist 7171. Ähm, aufhören privat. Okay, funktioniere ich. Äh, nee, okay, da brauchen wir erstmal einen Hinweis für. Irgendwas noch finden. Maybe I could try Stepped Hat for the Password. Happy Sweet A18. Chloe, ich bin so froh, dass du heute geboren wurdest. Danke, dass ich mich zu deiner Familie zählen darf. Von Herzen dein Stiefvater. Ach, ist aber süß. Und wofür? David has been dragging his head around since 2001. Joyce might as well have wrote, let's get married. Es war eine Ehre, sie in deiner zu haben. Es ist schön zu wissen, dass es noch Gentleman gibt. Ich hoffe, bald wieder mit ihnen reden zu können. Nebenbei, mein Name ist Joyce, falls sie es vergessen haben soll. No. It might be a useful password. True words, deiner Rechnung. Eier und Würstchen für $50. Toast, $1.25. Kaffee, $1.50. Besuchen Sie uns bald wieder. Ihre Bedienung, Joyce. The purpose is for the first time. Now the car looks ready to roll. This is a better hobby for David than surveillance. Kassette. Obviously David's parents care about him. That date might be a good password. 7.2007. Platt. Cute. can't picture david driving joyce around with this on the car ganz viele vorräte hat er hier äh, Familie Zipter 2007 Okay Einmal zurück Familie ähm, das Bingo Profil für Rachel Amber Rachel schwänzt die ganze Woche den Unterricht Frank und Rachel treffen sich erneut Rachel meidet das Wohnheim folgte Rachel zum Leuchtturm Bericht der Arcadia Bay Polizei Fall Nummer 678 Berichtender Beamter Anderson Barry Schilderung des Vorfalls Rachel Amber, 18, wurde um 14.35 Uhr an der Blackwell Academy wegen des Besitzers von Rauschgift aufgegriffen. Dies wurde vom Sicherheitschef David Manson gemeldet, der sich bei dem Versuch beobattete, einen verdächtigen Medikamentenkoffer zu verstecken oder zu sichern. Der Beamte wurde gerufen, Mrs. Amber zu befragen, die mit Drohnen und Verleugnen reagierte. In ihrem Koffer wurden mehrere illegale Substanzen gefunden. Sie erhangen für die detaillierte Übersicht. Instead of stalking Kate, David could have helped her. Kate Marsh geht den gleichen Weg zu jedem Unterricht. Wöre Kate und Dana über Besorgungen für den Vortex Party reden? Drogen? Fragezeichen? Kate mit ihrer Kirchengruppe beobachtet. Sie kennt die Bibel gut. Kate braucht länger im Bad als andere. Drogen? Sag Kate Jefferson nach dem Unterricht helfen. Traue niemals Erwachsene mit Spitzbart. Das finde ich geil. Traue niemals Erwachsene mit Spitzbart. Kate hält sich seit dem Vortex Party von anderen Firmen, selbst von der Kirche. Drogen? Versuchte mit Kate über die Party zu reden. Sie war verärgert und floh schuldig. Das ist so falsch. Oh, ein schreckiger Bastard. Ähm, Profil von Max Caulfield. Pseudoname im Internet. Mad Max, Max Factor, Norangel. Maxine Caulfield, Schülerin. B10T21F2015. Max Stundenplan, Oktoberwoche 2, Stundenplan 2013-14. Alter. What the fuck? I'd better tell Chloe about this now. Immer nochmal. Wir gehen mal wieder, wir gehen mal wieder hoch. Was ist das hier? Nach Hause zurückkehren, ein Leitfaden für Veteranen. Ja, der hat ja lange für sein Land gedient, ne? Das wäre ihm dann auch nicht einfach wieder normal zu sein, zu denken. Taylor. Hey Max, wollte nur Danke sagen, dass du für mich und meine Mutter interessierst. Du hast dich für Kate eingesetzt, als es sonst niemand tat. Danke, Taylor. Ich weiß, du hast ein gutes Herz. Nicht gut genug, um sie zu retten, aber ich bin hier, wenn du wen zum Reden brauchst. Das bedeutet mir sehr viel. Bis bald. Okay, haben wir die auch auf unserer Seite? Ja. Dann reden wir mal mit Chloe. See bullshit colleges. Entitled students, taken over the campus. Do you know for sure it was Black Whale students? Who else would do it? And I'm gonna bust them. Figures you'd be here. Is that your Rachel Amber Halloween costume? You know more about her than me. No, you and Chloe think you know more than anybody. Like all teenagers. Leave Max alone, David. Stop threatening students. He threatens them with surveillance cameras. So he can spy on everybody. Like he spies on all of us here. Don't start, Chloe. Not now. Yeah, I'm just always starting shit, right? You're a total paranoid, David. Not now, Chloe. You used to call me a loser for getting kicked out of Blackwell. So who's the loser now, David? Who haven't you accused or harassed? Between your investigations into Rachel and Kate, what have you done besides get in trouble? You're a bully, David. I saw you harass Kate Marsh when she was going through hell. You could have totally helped her. Everybody at Blackwell is a suspect to you, except for Nathan Prescott. That's why the students and faculty don't like you. You even threatened me. I do respect your service, but you don't respect anybody. Uh, you were smoking pot in Chloe's room. That's illegal. So is spying on people in your family and at your work. Why do you have photos of Kate Marsh and Rachel Amber in your files anyway? What? Is this true, Max? Yes, David. Why do you have these files at all? I find this very disturbing. I do not have to take this kind of interrogation. Not from you punks. Maybe you should calm down. Oh, you're turning on me now, huh? Of course. Women always stick together. Well, screw you. David, you better go to a hotel until we figure this out. You can't kick me out of my own home. It's my home. David, paid for and in my name. You know the law, right? I thought I knew a lot of things. Like when I'm out flanked. Have a nice day. Chloe, for once. Just please shut up. I'm just trying to help you. Wir können ja nur davon berichten, was wir gesehen haben. Ich gehe wohl besser mal. So. Wir sehen uns auf Rachel und Frank. ...Being... ...MORE-than-FRIENDS. Genau, keine Ahnung, Max. Sie war nur zu teuse Frank. Wenn du mir nicht glaubst, dann schauen wir was Frank hat in seinem R.V. Was ist das zu tun? Frank hat Rachel's Bracelet. Was noch mehr hat er in da? Motherfucker besser nicht mehr hat. Für seine Sache. Let's check the door. Frank gets so wasted, he sometimes forgets to lock it. Uh oh. I can't believe you hung out with him. Not anymore. We have to be casual ninjas here. Shipples. Okay, here's the plan. I'll go to the diner and distract Frank by telling him I have his money, but he needs to come with me. Then you come in and rewind so Frank doesn't see me. Then you can tell Frank he needs to check out his R.V., and then you rewind after you get the key, and... and... Chloe, I got this. I'll be right back. Don't let my epic plan get in the way of yours. I'll try to scrounge up a Scooby snack to distract his mangy mutt. Now to find a quick and easy way to snag Frank's keys. I can't get in the way, but... I'll try and clean things. I could do this? You could do this... Yes, you did. I could do this all, you could do this. I could just try to hang out with me. I could do this for you, but, I could do this for you. I could do this for you. Then you can't, I could do it. Dann versuchen wir mal unser Glück. Okay, es ist offiziell ausverkauft, aber ich habe uns Ticket organisiert, musste dafür ein paar Cheapen verscheuchen, verdammte Nerds. Okay. Ach nee. Was ist da denn? Ach da. Oh, das war keine gute Idee. Ich wollte es mal gemacht haben. Da, 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 da. Da, 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 da. Da, 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 da. Okay. Okay. How are you doing, Maxine? I'm so sorry you had to be up there with Kate when she, you know, just know that we're proud of you for going up there. Thanks, Officer Barry. I know you guys deal with this stuff way more than me, but it is hard to deal with. I'm glad you're representing Blackwell Academy. I guess Kate Marshall will be the face of Blackwell for a while. Such a waste. Awful. I feel like David Madsen represents Blackwell. Not for long. He's a loose cannon. We all respect him for his service, but he's too eager. He's eager to be a dick to me and Chloe. That's true. He was ranting about a stolen gun and then I tuned out. Somebody's always out to get him. What can I do for you, Max? I thought Nathan Prescott represents Blackwell. Don't make me backwash this bacon. You know what the Prescott's represent. Taking over Arcadia Bay. You're not far wrong, Max. I heard the Prescott's are working on some new big land deals. Mr. Prescott helped out my family once a while ago. So I made a deal with him. That I can't seem to get out of. Man, if I could get one instant replay in life. I better finish my breakfast first. Okay. Okay, okay. I can see her Nafie, Mayfie. Uh. Oh look, Max Amber. Nice outfit. By the way, thanks for getting me fucking expelled, you twee bitch. You're lucky this is a public place. Considering we're in a public diner with a police officer right over there, you shouldn't advertise your rage, Prescott. Oh yeah? You shouldn't have bitch-nitched on me to that fucked up principle. I bet you hoped that Kate Marsh would stay quiet. Idiot says what? Did you drug her? You were so stupid, Max. You think you're so goddamn smart too. Don't push me girl. You don't want me for an enemy. Do you understand? Do you? Calm down, dude. We're in the diner. Right. Plus, you're an adult now. I can sue your dumbass for libel. Thanks. Now fuck off, Dyke. Holy shit. What do you want now? I bet Frank hooked you and Rachel Amber up with party supplies. Nice try. Rachel partied like a fiend on her own. More than me. I doubt that. Like you would know, virgin. Even that pig over there knows Rachel hung out more with Frank. I mean, don't talk to the cop about that dumbass. Try interrogating somebody else, Lieutenant Caulfield. Ich wette. So, wie der grad reagierte. Ah, Rachel. Dass er in die verknallt war oder so. Holy shit. What do you want now? Ja, man im Ball flach. Your sugar daddy will always protect you. And threaten me. You don't know shit about my father or me. Nobody here does. Then tell me what I should know. Why? So you can pretend to care? Spoiler alert. He's an asshole. Maybe I could help you. I don't need you for anything except to stay out of my fucking business. Understand? Now get out of my face. Holy shit. What do you want now? Definitely against it. Listen, Nathan. I'll take back everything I said about you. If you hook me up with Frank. Know what I mean? You look like you've never even taken a hit of baby aspirin. How do you think I stay wired all night studying? So is it a deal or not? Calm down hard up. Deal. You'll get your school supplies. Just go over Frank and whisper higher education. You'll hook your ass up. Holy shit. What the fuck now? Yeah. 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 By the way Frank. I was wondering if you had any, um, higher education. Oh yeah, sure. Do you want the after school special to go with that? Jesus. Look, I don't sell anything but bottles to feed me and my dog. I work for a living. Not like you spoiled black whale punks with too much time on your hands. But. But nothing. Don't ever ask me for anything ever again. Ever. I'll back off. Get a new outfit. And leave me alone. Look. I really pissed him off. Yeah. Ah. I need to look back to you. I see you. So. Und. Das gleiche nochmal. What the fuck. Ähm. Hm. Could I get you to drop Chloe's debt? Are you supposed to be a smart student? You'll find out if you do me this favor. Thanks, Godmother. But I don't need your favors. And Chloe doesn't get any from me. By the way Frank. I was wondering if you. Ha. Ha. But. But nothing. Hmm. You eat like a pig. Try the floor. I was eating those beans. Are you fucking insane? I was eating those beans. Ugh. Ha 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 ha. Ugh. Ugh. It's just noise. I've got to do that. I've to do this right now. I can't, like. Okay, das funktioniert nicht. Das funktioniert nicht. Okay, können wir noch mal mit dem Polizisten besprechen. Okay. Ja, ist okay. 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 Hmm, das funktioniert nicht? Okay. Das bringt alles nichts. Was haben wir denn machen? Oh, ho, ho, ho. Wie ein bisschen Fernsehen? Nein, aber wir müssen beginnen mit der Hypothesis, dass Klimawandel ein Teil für das Unseasonlige Wetter. Das erklärt nicht alles, natürlich. Wir wissen noch nicht. Nein, aber nicht mehr. Okay. Das ist Bambi. Okay. Hier können wir aber auch nichts machen. Geh nochmal raus. Ja, ist schon klar, aber geht es nicht. Reden wir mit dem Idioten nochmal. Ja. Ja. Was ist das? Ich kann das nicht sagen, was ich... Hmmmm, hier kommen wir in den Schweizer... Das wird ein bisschen schwer. Ich gehe mal ganz zurück. Und noch ein Stück, noch ein Stück. So, können wir jetzt nochmal mit dem Polizisten sprechen? Ja. Mhm, aber schon überspringen wir das jetzt einfach mal. Ähm, wie? Rachel Frank. Mhm. 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 Ja klar, machen wir noch. So, jetzt spreche ich mir eh nochmal an. Vielleicht geht's ja jetzt. Ähm, gerettet doch runter. Ja. 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 Ich würde mal ihn von deinem Rv an jetzt. Ja. Ich werde nicht sogar den Pferde nehmen. Ähm. 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 Wir reden nochmal mit dem Polizisten, der weiß ja noch. Ah ne, es geht, okay. Dann haben wir den. Aha, tschüss. Tschüss, du Panner. Are you killing me? Eigentlich hat er auch ein Fisch. Riechst Knochen, fragt sich woher die den hat. Äh, äh, wie? Geht den Knochen, Knochen! Ich glaube, wir haben den Knochen unsere B***. Ich wollte gerade sagen, nicht, dass er über... ...überfahren wird. Das möchte ich nicht. Okay. Ab ins Wohnmobil. Okay. Ja. 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 Genau. Ja. 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 Die ist nicht arm. Ja. Ja, das frage ich mich auch. Medikamente. Ein Traumfinger. Was ist das? Leitfaden zum Handel im Web für Noobs. Alles klar. Okay. Was ist das? Da können wir ein Foto machen. Foto? Nee. Ah, das können wir ansehen. Können wir den öffnen? Okay, wir brauchen irgendwas Spitzes. Nichts. Da oben vielleicht? Dann gucken wir mal. Nehmen. Jetzt können wir das nehmen. Gerade kommen es nicht. Dann machen wir erstmal den auf. Joah, Spitzes. Ansehen. Da brauchen wir was anderes. Wir brauchen was anderes zum Aufhebeln. Das hier. Ja, das wollte ich aber jetzt nicht wissen. Ich wollte wissen. Plastikbeutel. Pudelnapf. Pudelnapf. Pumpidou? Wo können wir denn jetzt hier? Mhm. Ich kann einfach zurückspulen. Ich dachte nur, vielleicht springt da etwas rum. Okay. Dann machen wir hier das mal auf. Bingo. Ein Kontobuch. Interessant. Oh oh. I don't know if I should be touched or disturbed. Frankie B. Hoffe du liest das morgens als erstes. Tut mir leid wegen der letzten Nacht. Bleh. Ich war ein fieses Biest und hab's an dir ausgelassen. Und am armen Puppidou. In meinem Leben passiert eine Menge merkwürdiger Scheiß und manchmal habe ich den Eindruck ich komme nie aus Arcadia Bay raus. Ich danke Gott für dich. Du bist eines der besten Dinge, die ich hier habe und der Gedanke an uns zusammen mich zum Lächeln. Lass uns einfach Richtung Horizont fahren. Liebe dich auf ewig. Rachel. Die waren ein Paar. Hm. Trouble in Paradise. Frank. Was du getan hast war uncool. Und schieb's nicht auf die Drogen. Du hast mir wirklich Angst gemacht und ich dachte du kommst nie wieder runter. So habe ich dich noch nie gesehen und das nächste Mal wird das letzte Mal gewesen sein. Ja, ja. Ich bin Löwe und wir sehen nicht zurück. Mir liegt etwas an dir und äh, also müssen wir vielleicht mit der Routine brechen. Grüß Rachel. Mir ist keine bessere Stimme eingefallen. Stimmt mir leid. So. Ja, das haben wir schon gesehen. Dann gehen wir mal zu Chloe. Ich glaube, sie war frisch. Rachel straight up lied to my face. Warum sie nicht sagen? Weil sie wusste wie du reagierst. Und sie war nicht so eine Freundin, oder? Just eine andere Person, die all über mich verletzt. Warum hat jeder in meinem Leben mich verletzt? Mein Vater wird getötet. Du bade auf mich für Jahre. Meine Mutter glomst auf den Stepfuckern. Jetzt Rachel betrays mich. Chloe, Rachel is missing. Nobody betrayed you. Bullshit! Who hasn't? Fuck everybody! Chloe! Sie sind schweb. Sie sind schweb. Das ist so nicht fair. Ich muss jemanden, sonst ist alles mein Fault. Fuck das. So jetzt ist es Rachel's Fault, too? Jesus, sie war BANGING das PIG, Frank! Bitch, das war meine Gesichter, Max! Ich kann niemanden, wiederum. Jeder tut mir egal, bis sie nicht. Selbst du. Chloe Price. Du besser das zurückzunehmen. Jetzt. Okay, fine. Aber du verstehst einfach nicht. Es ist wie ich mich verletzt durch die Universität. So, wer du most willst? Mein Vater, natürlich. Hallo? Du schlägst William? Really? Yes, I do. Damn right. Er hat mich entschieden, um zu gehen, um zu gehen, um mich zu verlassen. Chloe, dein Vater nicht zu verlassen, um dich zu verlassen. Ich weiß das, Max. Meine Mutter eigentlich blames sich selbst. Just weil sie sie gerne nach Hause von Arbeit. Sometimes, even I blame her. No, you don't. Yes, Max, I do. Do you know what it's like to wait for your father to come home when you're a kid? And he never does? No, of course not. But I was with you that day. It was just a terrible accident. I wish that made me feel better. But ever since he died, my life has been dipped in shit. You don't want to hear this, but you're still here, alive, with me. And that is no accident. You're right. I don't want to hear this. Chloe, I can't do this out on my own. I need you with me. And Rachel needs you. Ja, es ist nicht so einfach. This is what you're gonna do. Oh my God. What is happening now? With. Wir reisen also in die Vergangenheit. Wir reisen in die Vergangenheit zu William. Da ist William noch. Someday Dad will get one of them newfangled computers. I hope the flash didn't scare you, Max. This is a keeper. Not until I see it first. You know the rules, Dad. Max, tell him. Whoa, hey. You look totally pale. Are you okay? Yeah. I just... Uh... Yeah, I'm fine. Okay, Chloe. Give me the thumbs up or thumbs down. Well, I might just allow this one into the family album. Now, what is this? But not the cook? William is here. And Chloe is just a kid. Am I that far back in time? Yeah, let's just do it. In France, they call them... I'm 18 years old inside my 13-year-old self. If you want to eat... How? Oui. I volunteer to break the eggs. Do you remember how many eggs? Mom said it depends. That's true. So, how many eggs? Chloe is just so damn happy. I love William like he was in my own family. I won't let him die today. I won't. So leid, einfach. Das war alles für den, Curseer Father. Daher auch die blauen Haare später. Nein. Wo sind die Schlüssel? Verdammt. Nein. Äh, hier ist kein Telefon. Nein, die weg. Tschüss. Wo ist der? Mom said it depends. Das ist auch schon. So, how many eggs? Don't you dare question the chef. Right. Like you're the real cook here. I am. Now I get to take a picture. Strike a pose. Make me a star. Just make me look young. When your mom is away. I'll let her know that. Joyce loves William so much. Viel Glück, mein Liebling. Wir sind so stolz auf deine Beförderung. Du bekommst eine Woche lang True Whites Waffle in deinem eigenen Haus. Deine dich liebende Ehegatte. Ach süß. Ist das süß. Und auch hier wieder Pancakes. Hello? Hey, honey. Just making a fabulous breakfast with Chloe and her. You can see the bond between Chloe and her father. And the love. Now this is a photo. Oh, I didn't know you had to get groceries. Of course, I'll come pick you up. Now I'll have an excuse to get a mocha. Be there shortly. Love you. I have to stop William from taking his car today. I have to go rescue yonder queen at the save mart. She don't have many bags of delicious grub for us to feast. Die nächste bestellt immer die Falschen. Was sind denn die Schwiegel, verdammt? Ein... Tschüss. Sie sind doch da drunter, warum nehmt die den nicht? Du kannst die Vergangenheit aber nicht drüber nicht machen. Fuck. Wo liegt denn sein Handy? Sie sind doch da drunter. So you shouldn't drive at all. Max, you are the road warrior. I promise, if I have to go anywhere, I'll drive like I'm taking a test. Fair enough? Not really. I just know the roads are bad and stuff. So... So you... Since you're obviously my personal GPS, I feel safer already. So don't look so worried, Max. Hm. Verdammt. Wo ist denn sein Handy? Wo ist sein Handy? Chloe? Das hat sie ja früher immer gesagt. Oh Gott. Warum hilfst du uns denn nicht? Now I hear to take a picture. Strike a pose. Make me a... Das ist gar kein Handy. Nein! Ah fuck. Okay. Wir ziehen den Stecker. Wie? Was zum Hinker? Ich schliige die Stecker. So... Ich zieh ihn ein Stecker. W- 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 Ich kann nichts mitnehmen, verdammt. Aber wieso kann ich seine Autoschlüssel nicht nehmen? Er ist doch kacke. Okay, ich muss glaube ich schon warten, bis er zum ersten Mal rausgeht. Die sind hier unter dem Base Cap, aber ich kann es nicht aufheben. Ich glaube wir müssen echt warten, bis das erstmal passiert und dann nochmal rutspulen. Nein, du darfst nicht gehen. Bleib hier. Wir können die Vergangenheit nicht ändern. Auch wenn wir jetzt versuchen ihn aufzuhalten, dann ändert sich was in der Zukunft. Okay. Okay. Kann ich jetzt hier auch Schlüssel nehmen? Ja. Suchen. Jetzt muss ich ihn irgendwo verstecken, verdammt. Ich hoffe der findet den nicht. Jetzt muss ich das mal rausgehen. Das ist eine sehr schöne Schnee. Das ist ein cooles Schnee. Okay, wir können das mal rausgehen. 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 Die sind nicht da. Sie sind weg. Nein. Fuck. In das Wasser? Oh fuck. Stimmt, der hat ja dieses... ... wo er das Schlüssel... ... dass er sehen kann oder hören kann wo der Schlüssel ist. Ahhhh. Okay, noch einmal. Sorry, der hat so lange gedauert, aber... ... eins habe ich schon. Ich kann... Achso, ich habe die schon. So. Jetzt dürfte eigentlich nichts mehr passieren. Ja. Richtig. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht, wie ich diese Schlüssel hatte. Ich weiß es. Ich weiß es. Ich weiß nicht alles, dein Kind. Lass die Schlüssel! Lass die Schlüssel! Ich weiß nicht, wie ich die Elektronik. Du kannst den Bus, richtig? Du kannst den Bus, richtig? Der Bus ist direkt nach der Straße. Das kann ich das. Good call, Max. Oh ja, der Bus ist großartig. Ich weiß nicht. Es kommt jeden 15 Minuten. Und es wird viel Raum für dich und Joyce und Kälter. Und es wird die Umwelt schützen. Du hast mich schon verholt. Ich bin auf die Yonder Bus Stop. Joyce will das lieb. Max, du bist so fucking strange. Du fühlst dir okay? Chloe, ich bin großartig. Wir sind großartig! Und es wird sich was verändern. Ich weiß es. Okay. Ähm, what the fuck? Wir sind im Vortex Club, was? Du hast alles verändert? Was? Der ist Busfahrer? W-What the fuck? Sie hat ihm das Leben gerettet. Ich habe die Befürchtung, dass ein anderes Familienmitglied eventuell verletzt gestorben ist. Ich weiß es nicht. 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 Ein Wal. Wale. die haben ja gesagt, es läuft nicht mehr so gut mit dem Fischen was zum Henker tote Waage in Chloes Haus es ist eigentlich ein bisschen Schiss zu machen uh oh Das war's für heute. Die Augen sind schon anders. Ach du Scheiße. Ich habe es befürchtet. Ach tja. Das war also Episode 3. Boah. Ja, ist einiges passiert. Man hat es hier gesehen. Ich bin gerade ein bisschen baff. Damit vielen Dank fürs Zusehen. Und bis zur nächsten Episode. Bye bye.